Wie soll ich am besten dieses Video beginnen? Ich glaube ich starte mit der aussaglichen Video von vor einer Woche getätigt habe, wo ich ja darüber gesprochen habe, wie ich ein GTA Online PvP spiele. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt vermehrt Videos auf diesen Kanal bringen, die ja mehr auf die Unterhaltungsschiene gehen, vor allem auch wo ich andere Spiele mal spiele. Und eigentlich habt ihr das alle ja auch glaube ich mal so ein wenig gefeiert, ihr wollt das ja auch mal ganz gerne sehen. Habt ihr auch Vorschläge geliefert, ich muss jetzt so sagen, ich kann mal nicht alle Dinge auch bringen. Ich muss jetzt so schauen, was passt so. Ich möchte vielleicht mal andere Spiele bringen, auch mal vielleicht so nicht PvP Spiele. Wo einfach wirklich der Unterhaltungswert zählt. Aber generell will ich heute auch mal über die aktuelle Situation von GTA Online reden. Ich habe das ja schon im Titel gesehen. Ja, GTA Online ist irgendwie so ein Spiel momentan, wo ich sage, es verliert wenig an Motivation. Und wir sprechen generell mal über die ganze aktuelle Situation, über das Update, was jetzt letztens kam, wo ich wirklich sage, ey, ich mache da besser kein anderes Video zu. Ich sage es gleich nur kurz ein, zwei Sätzen, was ich dazu meine. Und über die aktuelle Zukunft, wie soll es jetzt weitergehen mit diesem Kanal. Es ist also quasi wie ein Real Talk Video. Das ist ja von mir gewohnt, ich kann ja keine Community-Feeds machen in Daten und Weise. Und deswegen mache ich diese Videos immer. Und ich finde es auch am besten, mit euch zu interagieren. Und wir starten mal am besten jetzt mit GTA Online, mit dem Update, was ja jetzt kam. Was eine Frechheit Sondergleichnis. Ja, das Nooblack wurde endlich mal genervt. Schön, dass wir es gemacht haben, wurde sich aber schon seit Jahren gewünscht, aber jetzt ist es gemacht worden. Der Rest des Updates wirklich absolut grottenschlecht, finde ich. Wirklich grottenschlecht. Ja, die Mission Payout-System lohnt sich nicht. Es ist einfach wirklich hingerotzt, wenn ich es mal so sage. Wirklich, ich habe es selten, ich sage es noch nie zu einem Update. Aber wirklich, es kommt mir so vor, als würde Rockstar Games versuchen, mit jedem neuen Update zu versuchen, noch schlechter zu sein, als beim vorherigen Update. Um zu schauen, ja wie lange können sie es denn noch treiben. Bis die Spielerzahlen wirklich komplett runtergehen. So kommt es mir bei GTA wirklich langsam vor. Und ich mache das nicht mehr mit. GTA ist ein Spiel, das macht Spaß, wegen der großen Sandbox. Aber langsam echt, es reicht. Die Updates ist motiviert nicht mehr. Und auch irgendwann mag auch die große Sandbox ein GTA nicht mehr die Motivation komplett aufrechthalten. Das muss man auch mal im Hinterkopf behalten. Und deswegen kam mir auch die Idee bei mir jetzt, dass ich aber andere Spiele bringen möchte. Ich habe mir jetzt gestern ein Video hochgeladen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich glaube, das ist nicht bei allen wirklich angekommen. Das liegt daran, ich habe leider erst mal das falsche Video hochgeladen, habe das dann auf Privat gesetzt, gelöscht und habe dann ein neues hochgeladen. Wahrscheinlich hat dann nicht jeder von euch die Benachrichtung dazu bekommen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Ich würde euch echt mal gerne darüber bitten, dass ihr euch das anschaut. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt es gerne auf dem Kanal auch mal sehen, ist das Video von gestern, einfach vom Sonntag. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool. Ihr müsst dazu einfach mal eure Meinung am besten abgeben. Denn ja, nur so weiß ich auch, was ihr halt auch gerne schauen wollt, ob ihr es feiert. Und klar, man kann auch andere Spiele auf dem Kanal hinbringen. Aber ja, das war so die Idee dahinter. Vielleicht mal so ein wenig von diesem Zwang GTA hochzuladen, wegzugehen. Weil die Motivation, die ist so momentan ein wenig, dass sie runtergeht. Und es wird sich auch etwas ändern auf dem Kanal. Denn jetzt beginnt ja nur wieder die Schule. Und ja, einige, oder ich denke mal, es wisst wahrscheinlich nicht so viele von euch, da ich halt Abitur anstrebe. Und ich komme jetzt an die 12. Klasse. Und ja, man kann sich schon denken. Ja, dann auch nebenbei YouTube. Ah, das könnte stressig werden, ja. Und ich werde jetzt noch runtergehen. Nicht mehr jede Woche Videos machen, sondern wahrscheinlich nur alle zwei Wochen. Und hoffentlich wird das auch so beibehalten werden. Ich denke mal, das kann auch so beibehalten werden. Und ja, ich möchte halt mehr Unterhaltungsvideos auch vor allem machen. Ich habe zwar noch GTA-Videos vorproduziert. Und es wird immer noch GTA auf dem Kanal bleiben. Macht euch da mal keine Sorgen drum. GTA wird immer ein Bestandteil dieses Kanals bleiben. Ich habe noch genug vorproduziert, PvP-Content und auch noch anderen Content. Macht euch da mal keine Sorgen. Also, GTA wird noch Bestandteil sein. Aber trotz all dessen würde ich es halt sehr, sehr feiern, wenn ich es halt schaffen würde, auf dem Kanal auch andere Videos hochzuladen. Denn, ja, GTA ist halt so... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ich hatte echt die Hoffnung, dass sie sich mit dem Update noch retten können. Dass sie irgendwas reimen. Ein relevantes PvP-Fahrzeug. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist unrealistisch. Aber irgendwas. Dass sie einen Balance-Patch reimen, den sie ja angekündigt haben. Also, ein einziges Fahrzeug zu nerven, ist kein Balance-Patch. Und das noch beim Mark II. Das war eine Sache, die heißt... Das hätten wir schon seit Jahren machen müssen. Das haben sie wenigstens gemacht. Ich bin froh drüber. Aber ein Balance-Patch ist das für mich noch lange nicht. Und von daher hat sie auch großartig an der Meta nichts geändert. Ich meine, ich sehe immer noch so viele Leute mit dem Noobike. Ich habe jetzt noch Gameplay auf V-Produziert noch. Ich sehe noch so viele Leute mit dem Noobike rumrennen. Es hat sich eigentlich nicht so allzu viel verändert. Außer, dass jetzt die meisten Leute sehr offensiv spielen, weil halt die KD jetzt eingeschließt wurde. Wo ich auch sage, ganz ehrlich... Das ist auch nicht so ein gutes Feature eigentlich gewesen. Sie hätten vielleicht lieber den Score vielleicht wegmachen müssen, weil die... Ja, ganz ehrlich, die meisten Leute gehen halt auf Score. Hätte man sich besser mal eine andere Idee nach ausdenken können. Aber ja, so ist es halt momentan. Denn der Stand der Dinge ist einfach so... Ich weiß nicht. GTA... Es verliert so langsam oder sicher den Reiz. Ich muss generell sagen, momentan... Ich spiele gar nicht mehr so oft Playstation. Weil ja, all die Spiele, die ich halt momentan spiele... Ich weiß nicht. Die verlieren so wenig einen Reiz. Beispiel auch Rainbow. Verliert auch gerade momentan seinen Reiz bei mir. Dann spiele ich zum Beispiel jetzt gerade sehr häufig FNAF. Ich habe es halt auch gestern hochgeladen. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen, das Video. Oder zum Beispiel auch Dead by Dead. Kann man auch mal vielleicht was zu bringen. Ist halt so eine Sache. Klar ist es so, dass sich jeder jetzt diese Art der Videos halt feiern würde. Aber es wäre halt cool, wenn es halt sich zumindest jeder mal anschauen würde. Und sich sein Urteil drüber bilden könnte. Und auch gerne mal Feedback reinschreiben würde. Denn ihr wisst ja, nur mit Feedback kann man auch Dinge besser machen. Oder mit Kritik. Aber ja, wir kommen zurück auf das Thema GTA zu sprechen. Und die aktuelle Situation ist es halt einfach wirklich leider so... Ja, ich habe mir das so vorgestellt. Ich mache halt GTA-Content einfach weiter. Ständig GTA. Alle zwei Wochen jetzt einfach. Und ich habe mir so gedacht, irgendwann ist auch mal genug. Denn... Was bringt es mir, wenn ich noch ein Video... Das zehnte Video hochladen mit dem Godmode-Typen. Dass wir uns wieder über den Godmode-Idioten aufgeben. Und sagen, ja, ist ja so schrecklich. Aber wir könnten ja das und das machen. Und Rockstar Games könnte ja das und das patchen. Und nerven und buffen. Und ach, was weiß ich nicht auch alles. Ich glaube, irgendwann wissen wir alle mal, was so in GTA los ist. Wie die Phase gerade ist. Und ich glaube, irgendwann mal reizt es auch einfach nicht mal. Immer dasselbe zu schauen. Weil es ist ja irgendwann mal immer dasselbe. Klar, das Battle unterscheidet sich mal hier und da wieder. Aber es ist ja im Prinzip immer dasselbe. Den selben Godmode-Idioten. Dann mal den Orbi-Spammer. Ja, ihr kennt das ganze Prozedere ja schon. Und deswegen möchte ich halt einfach davon weg. Ich wollte mir jetzt einfach dieses Video machen und so ein bisschen Klarheit drüber schaffen. Und dann auch mal gerne halt über die aktuelle Situation von GTA drüber zu sprechen. Ich wollte es mit dem GTA-Update mal abschließen. Bei der Meinung dazu äußern. Ich sage ganz ehrlich, es ist einfach enttäuschend, was da hochgeladen wurde von Rockstar Games. Ja, das ist einfach wirklich enttäuschend. Und das kann man nicht in Worte fassen. Wirklich, das kann man nicht in Worte fassen. Dass sie wirklich dachten, das ist ein gutes Update. Und ja, und ich wollte euch natürlich darüber informieren, wie jetzt der Kanal in Zukunft hier laufen wird. Es wird natürlich jetzt so sein, dass wir runtergehen werden auf zwei Videos pro Monat. Nicht mal vier Videos pro Monat. Es ist einfach so, der Zeitfaktor wird jetzt etwas runtergehen. Aber ja, mal gucken. Ich bin mal relativ gespannt, was wir in Zukunft so alles machen werden. Und ich werde jetzt auch noch weiter andere Spieler hier auf diesen Kanal bringen. Hauptsächlich aber halt mehr so Horrorspiele, weil momentan, ja, wie gesagt, ich spiele halt sehr gerne FNAF momentan auf der Playstation. Und auch tatsächlich net bei Daylight. Also wenn ihr da interessiert seid, ihr könnt es gerne auch mal hier runter schreiben. Aber ja, schaut euch gerne mal das Video an von gestern. Ich habe es mal in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten auf dem Kanal findet ihr es auch vor. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal beim nächsten Video am Sonntag. Bis denn und ciao.